So, Biene, mach Aufroad, mach Aufroad, los! Halt, 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 halt! Ich hab mir aufgehört! Oh, wir haben so! Ja, wenn du mal draufkommst, ist das blöd, ja? Ja, ich hab mir aufgehört. Ich müsste uns ja nicht mehr aufgehört. Wadafucker! Wollten wir das filmen? Nö, nö. Don't pass. Okay, also wir haben wieder mal eine blöde Idee gehabt. Aber egal. Ja, okay, das war schon eh, ja. Okay, das war schon eh, ja. Was? Jörg, du hast das scheinbar auf der Weg gefahren. Ich? Ja! Ja! Schau mal, rücklässer geht noch! Ja! Ey, das war ein Vorwärtsgang! Hä? Ne, eigentlich nicht. Ey, der hätte mal einen Vorwärtsgang gehabt! Äh, slowly but safety, oder? Was? Ein Jahr drauf! Ja, die perfekte Bahn! Ja, die perfekte Bahn! Ja! Das war's mit den neuen Reifen. Wir schaffen das schon, Michael! Ach, klärst du ihm, Jürgen? Ich würd' das jetzt mal weiterprobieren. Das ist richtig geil, ne? Ich mag keinen Griff bei Verbrankung um mir. Das ist immer so. Es geht immer so Sackgrische auf den Gelbbeutel, wenn man so'n Blödsinn macht. Ach! Moment, Moment! Wenn du mal schieben kannst, ach, nie im Leben. Aaaaaah! Aaaaaah! Weiter, weiter, weiter! Die haben wir uns wohl eingekassiert. Wie hat der geht? Ja. Okay, dann prob ich mal's nochmal. Kannst du nicht da quasi so, von da drüben ein bisschen mehr Schwung ein, den Hang geht das hat. Das Problem ist, dann schlägt da halt immer voll ein. Ich will da ne Karre nicht kaputt machen. Versteh ich. Ich bin da ziemlich nett. Das ist voll geil. Aber dafür sind wir dann beim Rückwärtsfahren eingestopfen. Das muss doch gehen. Das war so knapp schon. Das wäre ja feinlich. Das wäre ja feinlich. Ja, 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 ja. Warte, warte. Warte, warte. Jetzt? Jawohl, jetzt! Jawohl! Wollen wir langsam rein oder voll rein? Eher Gummi, glaube ich. Go, Ben! Go, Ben! Go, Ben! Soll ich mal Wasser fahren? Ja, wie ist das so tief, oder? Geht schon. Soll ich mal langsam? Nee, hau durch, komm! Ja. Ja, dann kommt der Test weg. Ja. Boah! Was? Kann er noch nicht sehen? Michael! Er hat keinen falschen Haussetzter gehabt. Ich hab mal wieder voll scheiße gebaut. Es geht. Hallo Jürgen, der müsste hier unten sein, Jürgen. Jetzt reißt vielleicht die nächste Stoßstange. Ganz langsam voll. Erschlag. Du darfst, dass der gerade fährt. Der sieht nämlich nichts. Jürgen hat euch den Auto kaputt gemacht. Ah, ihr wisst mal. Erzähl mal, warum wir zu seinem gehen. Ja, ja, ja. Das ist mal so. Wir waren an diesem Wasserdoch. Und dann sagte Jürgen und Michael zu mir, fahr da mal rein, das schaffen wir bestimmt. Nicht. Es ist auch immer der Erste, der sagt, ich war es nicht. Der hat dann immer die Karre zerstört. Auf jeden Fall, Wasserdurchfahrt, Karre aus, kaputt. Geht nimmer. Ist die kaputt oder kaputt kaputt? Ja, das wissen wir noch nicht. Ja, geht auf jeden Fall nicht mehr an. Tja. Das ist das Flächchen. Dann gehen wir heute zu Fuß. Ja, aber es macht Spaß. Die 4x4 zum Fußbuddy. 2x2 Buddys. Dun da 2x3 Boo 3x5 Bis zum nächsten Mal.